so meine lieben leute von meiner community und die es noch werden wollen also spaß beiseite hier ist euer blaze mit einem youtube video von parksty ihr sucht eisen ihr wisst nicht wo ihr eisen findet manchmal manche leute gehen ja halt in die berge oder sonst was es ist auch auf offenen wiesen zu sehen das ist ein stein der hat so eine schwarze maserung drin im pure iron depot das ist einer das ist einer und so weiter und so fort dann nehmt ihr euch eure stone pickaxe und hämmert was das zeug hält und dann kriegt ihr euer eisen und nebenbei auch ein paar steine und dann ist alles schick bis dann euer blaze mit dem nächsten video ciao ciao